Hallo meine Lieben und ein ganz ganz herzliches Willkommen zu einer Sonntags-Sonderfolge Eine Mod vorgestellt. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ganz ganz herzlichen Dank. Bevor es heute losgeht und wie ich sage hier, was ich euch mitgebracht habe, wollte ich ein ganz kleines bisschen Werbung an der Stelle machen. Wenn ihr mich unterstützen wollt und wenn euch die Mod-Folgen gefallen oder ihr neu dazugekommen seid, ich würde euch ganz ganz herzlich bitten, wenn ihr mich ein bisschen supporten möchtet, lasst gerne ein Like da, gerne einen Kommentar, ich würde mich über alles riesig riesig freuen und wenn ihr von den Mod-Folgen nicht genug bekommen könnt, dann abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr auch die kommenden Folgen nicht. Und ich garantiere euch, ich habe noch einiges vorbereitet. Okay, so, jetzt gehen wir aber rein und jetzt zeige ich euch, was habe ich denn mitgebracht. Und zwar heute in der Library präsentiere ich euch ein, ich sage mal, ein großes Gebäude, da bin ich zufällig gestern Nacht drüber gestolpert, wieder beim nexusmods.com, anschauen von den ganzen Modifications und dieses Gebäude ersetzt im Prinzip die Universität. Aber Achtung, dieses Gebäude braucht wesentlich mehr Platz, hat aber im Prinzip einen Reichweitenvorteil im Gegensatz zur Universität und zwar hat die die doppelte Reichweite der Dienstleistung, was die Universität anbietet. Ja genau, dafür braucht die aber ein bisschen mehr Platz. Ich denke mal, die großen Inseln bei Anno 1800 nicht Ground Fort, sondern eher die normalen großen Inseln, die wir bebauen dürfen, kommen dann gut und gerne bestimmt mit ein oder zwei Bibliotheken aus. Außerdem gibt es da noch Spezialisten, beziehungsweise verschiedene andere Boni, die man über andere Gebäude anwählen kann, um die Reichweite der Universität, vis-à-vis natürlich der Bibliothek, was dann mit eingepflegt wird, auf jeden Fall noch zu erhöhen. Ich denke mal, ich sage mal, findige Spieler unter euch werden das dann bestimmt schaffen, dass man dann auf den großen, normalen Inseln in Anno 1800 mit dieser Dienstleistung, was eine Universität anbietet, im Prinzip mit einer Bibliothek komplett ersetzen kann. Okay, mein Lieben, wir gehen jetzt ins Spiel rein. Ich zeige euch anhand von der aktuellen letzten Let's Play Folge, soweit wie wir da sind, würde ich euch gerne den Vergleich von der Universität zur Bibliothek zeigen. Mein Lieben, bevor das jetzt noch reingeht ins Spiel, zwei kleine Dinge. Erstens, wenn ihr nicht wisst, wie ihr eine Mod installieren sollt, dann blende ich das hier oben auf der rechten Seite nochmal ein. Ich habe da ein schönes kleines Video dazu gemacht und erkläre das Schritt für Schritt, wie ihr dazu kommt, dass ihr Mods installieren könnt, auch für Anno 1800. Und ich weise hier nochmal auf mein kleines 500-Abonnenten-Gewinnspiel hin. Wenn ihr noch nicht im Besitz des Anno 1800-Spiels seid, verlose ich eins von den drei Spielen, wird Anno 1800 sein und ich verlose eine Investorenausgabe. Was ihr da dafür machen müsst, gerne in mein kleines Abospecher reingucken und lasst euch dort noch berieseln von meinem Gewinnspiel. Okay, jetzt gehen wir aber rein und jetzt zeige ich es euch. So, mein Lieben, und jetzt sind wir im Spiel drin. Ich habe nochmal den Spielstand aufgemacht, wo ich euch die 30.000 Einwohner, wo ich dieses Großprojekt gemacht hatte, das habe ich, ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Aufhänger, um euch anhand von Santos World mal zu zeigen, was die Bibliothek im Gegensatz zur Universität macht. Mein Lieben, hier auf Santos World haben wir das so gemacht, dass wir hier zwei Universitäten aufgestellt haben. Und zwar eine hier rechts so im Süden und eine so hier im Nordwesten, weil hier ja direkt die Ingenieure hier oben zu Hause sind, die haben ihre eigene Universität. Und hier unten die Handwerker, die haben auch ihre eigene Universität. Mein Lieben, wir machen jetzt Folgendes. Schaut bitte die Reichweite von beiden Gebäuden an. Die besetzen eigentlich so circa, ja, ich sage mal so circa 80 Prozent der Insel. Also von dem her alles kein Problem. Wie gesagt, da kann man ja die Reichweite der Universität kann man ja auch noch erhöhen, indem man die normalen Wege mit Pflastersteinen ersetzt und so weiter. Also mit diesen Pflasterstraßen, von dem her ist das alles kein Problem. Jetzt gehen wir aber rein und jetzt zeige ich euch die Bibliothek. Mein Lieben, ihr geht in den Reiterhandwerker. Dann suchen wir uns hier ganz in Ruhe die Universität aus. Und dieser Reiter hat sich jetzt geändert, denn der heißt jetzt akademisch. Akademisch im Prinzip deshalb, weil jetzt zwei verschiedene Gebäude hier zum Aussuchen sind. Das eine ist, wie gesagt, die Universität und das andere Gebäude ist ganz klar die Bibliothek. Meine Lieben, die Bibliothek ist so ein großes, monumentales Gebäude. Also das ist ein Riesending. Schaut es euch bitte an, im Vergleich zur kleinen Universität ist das Ding locker zweimal so groß. Definitiv zweimal so groß. Ich zeige euch jetzt nochmal anhand, wir machen jetzt die Universitäten, bauen wir mal ab die zwei Stück. Und dann schauen wir mal, was die Bibliothek für Reichsbeide bietet. Also bauen wir es direkt mal hier ran. Sehr schön designt, finde ich zum Beispiel von der Bibliothek hier hinten diesen riesengroßen, wunderschönen Halbkreis. Ein Ärger ist es ja auf keinen Fall, aber ich sage mal, dass gerade auch das Dach hier oben sehr, sehr schön designt mit allen drum und dran. Und hier auch die Vorderseite dieses Gebäudes schön mit den Bäumen verziert außen. Ich sage mal, das ist nicht nur, das ist nicht nur was für die Anno-Enthusiasten, für die Schönbauer, sondern das ist definitiv was, die auf jeden Fall ihre Stadt schon ein bisschen den Stadtkern, auf jeden Fall ein ganz kleines bisschen ausbauen wollen. Oder vielleicht so sehen, dass vielleicht irgendwo noch ein Gebäude fehlt in der ganzen Stadtstruktur, die das auf jeden Fall hier schon einhergeht mit der Größe, beziehungsweise wo man sagen kann, hey, das passt genau bei die Gelehrten zum Beispiel rein. Und das könnte ich auf jeden Fall dort hinsetzen und die Reichweite macht ja im Prinzip einiges Wett. Da kann man im Prinzip, da braucht man im Prinzip dieses Gebäude nicht genau in die Mitte stellen, sondern kann es auch etwas an den Rand platzieren. So, jetzt zeige ich euch mal die Reichweite dieses Gebäudes. Schaut mal bitte, das ist die einzige Bibliothek, die wir aufgestellt haben. Hier nach unten werden alles erfüllt, hier nach oben wird auch alles erfüllt und sogar die Ingenieure hier kriegen so gut wie es geht eigentlich noch knapp fast alles ab. Hier hätten wir 97%. 97% ist ja auf jeden Fall dieses Bedürfnis erfüllt. Wenn man jetzt noch das so machen würde oder so machen könnte, dass man hier zum Beispiel an die Universität vielleicht entweder noch ein paar Wege hier vorne optimiert und noch anbaut. Was ich ja denke, also ich denke mal hier kriegen wir da auf jeden Fall noch was hin und dann kriegen wir auf jeden Fall, schätze ich jetzt bestimmt auch die 100% Versorgung hier raus. Hier passt alles, bari bari, klicken wir uns gerade an und schaut bitte. Also wenn er es geschickt strategisch aufstellt, dieses große monumentale Gebäude, dann schätze ich mal, bräuchte ich dir für so eine große Bauinsel. Und das ist ja schon eine größere Bauinsel in der alten Welt, kriegt er auf jeden Fall locker diese Dienstleistung mit nur einer Bibliothek hin oder da baut er halt zwei, aber das ist egal. Das gibt noch ein bisschen Attraktivitätsboni dazu, kostet aber halt 600 Unterhalt. Aber wie gesagt, die Universität kostet nur 400 Unterhalt, bringt aber gar nichts an Attraktivität. Also ist im Prinzip eine schöne gelungene Alternative, dieses kleine Gebäude und beziehungsweise, was heißt dieses kleine Gebäude, dieses etwas größere Gebäude. Ich sage mal deshalb kleiner, weil man braucht nicht mehr so viele Gebäude bauen. Okay, meine Lieben, so viel dazu. Das war es eigentlich. Mehr gibt es hier zu dem Gebäude. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr es selber ausprobiert. Schreibt es gerne hin, schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Meinungen dazu. Mir war das auf jeden Fall wichtig, euch nochmal in so einer kleinen Sonderfolge dieses Gebäude auch nochmal näher zu bringen und zu zeigen, dass es nicht nur eine Universität gibt, sondern auch eine Bibliothek, wo sich jetzt unsere Ingenieure bzw. unsere Handwerker wie zu Hause fühlen dürfen. Okay, meine Lieben, dann vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur Mittwochs-Mod-Folge hier auf meinem Channel. Bye, bye.